Einen wunderschönen guten Tag, lieben und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Marvel Spider-Man 2. Es geht nach Midtown, weil dort ist das Spiel, welches wir jetzt lokalisiert haben über ganz viele Parts hinweg, wie wir diese Vögel gejagt haben. Dieses Ziel muss hier irgendwo sein. Oder vielleicht nochmal so eine Drohne, die uns dann nach einer weiteren Erfolgungsjagd zum Ziel bringt. Geht so um Penthouse. Ui, also jemand Reiches. Okay. Ja, dann gehen wir ein bisschen mit den Jägern kämpfen. Oder wir gehen mit ihnen spielen. Die haben eh keine Chance gegen mich. Na komm. Voila. Das war nicht geplant. Da ist da oben ein Penthouse. Das wäre geil gewesen. Siege die Jäger. Oh shit, die sind schon da. Okay. Hallo. Oh shit. Geh mal in die Luft hoch. Danke. Na komm mal her, hier. Das hat nicht... Hä? Sag mal. Hier. Jetzt aber. Das hat jetzt gerade sehr viele Ressourcen gebraucht, hä? Wir haben hier ein Arschbombswettbewerb. Du fängst an. Sehr Bursche, hä? Er hat sich stark gerettet. Das muss man ihm lassen. Na komm. Oh, 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 oh. Bleib stark, Kollege. Du bist... Die ist am Arsch, mein Lieber. Guck mal. Komm mal. Komm, heil dich mal. Bist du noch übrig? Waren das alle? Ich glaube, ja. Hoppala. Hoppala. Ähm, wo ist denn die Tür? Ah, hier drüber. Ja, wir gehen nicht wie normale Menschen durch die Tür. Wir kommen durch die Decke. Hallo? Sergei. Es ist so lange her. Wie geht's dir? Wer ist da? Fühl dich wie zu Hause. Auf dem Grünchen stand man TV für dich. Er denkt, ich bin Craven? Okay. Ja, es ist Fehlalarm. Übung scannen. Das klingt nicht scheißig. Ich habe es als zwei Oliven, so wie du es sahst. Zwei Oliven und Zyanin? So, du bist also endlich hier für unser Wiedersehen in New York. Spielen wir Verstecke wie in alten Zeiten? Er sieht mich nicht. Eine programmierte Aufnahme mit Hightech-Bewegungserkennung. Hm. Ja, und jetzt? Erkunde die Wohnung. Fachspiel. Versuchen. Das ist nicht richtig. Ah. Schachmatt. Hm. Ich werde da unten sterben, oder? Erkunde den Keller. Du nennst die Silber den Großen. Okay. Doch deine Trophäen sind abschillig gegenüber den meinen. Da ist eine Spider-Man-Maske. Was zum? Ist das Pete's alte Maske? Moment. Ist das Chameleons Apartment? Ich dachte, der sitzt seit Jahren hinter Gitter. Als ich aus Wolkenland verlor, dachte ich will. Ich würde nie ein Zuhause finden. Doch hier bin ich B&B. Oh. Er hat sich wohl auch fortgebildet. Die Technik ist der Wahnsinn. Cravens Drohne hat ihn bei der Verwandlung fotografiert. Ich wusste, dass mit Cravens Ziel was nicht stimmt. Das ist... Oh, shit. Okay. Das sind einige Waffen. Baupläne und Jägerprotokolle. Chameleon hat also auch Craven überwacht. Die Datenbank für vermisste Personen. Sie reicht bis vor meine Geburt? Wo hat er sich wahrscheinlich getarnt? Ich hätte mir ihn angetan. Als die Kinder waren, gab ich dir alles. Und du wolltest nicht mal deinen Namen teilnehmen. Ich hab dich geliebt. Und du mich gehasst. Schluss, Lamine. Ich weigere mich, deine Beute zu sein. Ich werde dich wiedersehen, Bruder. Tu mich aber nicht. Gift. Shit. Du vergiftest hier den Falschen, mein Lieber. Shit, komm. Komm. Ich werde tun, was du nicht konntest. Graven und Chameleon sind Brüder? In das Familientreffen möchte ich nicht reinpflanzen. Ja, das wäre wahrscheinlich unangenehm. Ich sollte nach Chameleon Ausschau halten. Piet wird sich nicht freuen, dass er frei rumläuft. Tausend finden... Okay. Diese Ziel identifiziert ab. Okay. Habe ich sonst noch offen? Nur noch die Hauptstory. Hm. Warte, wo bin ich jetzt gerade? In Upper East Side. Da habe ich... ...alles freigeschaltet. Okay. In Midtown würde noch ein Spider-Bot fehlen. Müsste hier durch sein, Midtown, oder? Genau. Frage ist... ...binde ich den Spider-Bot und die Antwort ist ja. Hier, da oben ist er. Seh dich. Ich seh dich. Du hast ja gar nicht, dass es so winzige Gitarren gibt. Okay. Äh, immer noch kein Level-Up. Aber ich bin in Midtown fertig. So, und das habe ich richtig gesehen. Hier ist eine gelbe Truhe. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Ah, hier. Und ein Verbrechen wurde auch noch gemeldet. Komm. Wir holen uns die Halunken. Kein seltenes Technik-Teil. Ja, ist besser als nichts, ne? Ist besser als nichts. Hoppala. Geh mal. Was ist denn da unten los? Das muss aufhören. Ich sage dir, doch wir wollen nichts verlangen. Das kann... Na? Naja. Perfekt. Keine Chance habt ihr. Können wir auch noch mal ein paar Bonusschüsse haben. Ach, hier Gegner dreimal. Ne, keine Lust. Bin ich so der Parieren-Fan. Und du noch. Komm. Ist er das? Ist er nicht. Was haben sie dir angetan, mein Freund? Ah. Warum sind die Krankenhäuser immer so weit weg? Einen Kilometer haben wir ja theoretisch schnell zurückgelegt. Aber trotzdem. You know what I mean. You know what I mean. Ja, komm. Ja, ja. Wir sind bald da, mein Lieber. Und... Komm. Pick ihn ab. Na bitte. Jetzt wird alles gut. Sei gesegnet, Spider-Man. Ne, lieber nicht. 510 EP und das müsste Level 50 bedeuten. Korrekt. Level 50. Wie viele Fertigkeitspunkte gibt's? Ein oder zwei? Zwei. Nice. Okay. Oh, neuer Anzug für Peter. Klassischer schwarzer Anzug. Inklusiv. Oh. Das sieht aber schon nice aus. Oh. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Den behalte ich. So. Ja, was soll ich denn hier freischalten? Wenn du einen paräenten Gegner einspinst, fliegt also Reaktion darauf zusätzlich nach hinten. Na, komm. Erfolgreiches Barrieren eines gegnerischen Angriffs gewählt zusätzlichen Fokus. Zack. Gut. Dann... muss ich zu Peter wechseln. Weil die nächste Story müssen wir mit ihm machen. Weil es sieht irgendwie noch cool aus. So ganz in weiß. Der Part war zwar relativ kurz, aber wir machen morgen weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.